Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei 7days2day mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit. Joll, der Tibra. Genau, wir haben des Nächten, wie angesprochen, einiges fabriziert. Ja, ich habe da oben weiter die Treppe abgebaut. Wir haben unten noch alles repariert. Ich bin jetzt gerade dabei, dass ich da oben noch die letzten Sachen wieder repariere. Ja, ich bastle noch ein bisschen mehr Concrete-Mix. Denn wir werden ja einiges für unten auch brauchen. Und Stahlbahn. Irgendwie habe ich beschlossen, wir rüsten das alles mit Stahl auf. Ja, und irgendwie ist es wieder so eine blöde Kreischerin. Ja, ich versuche es. Ich kann nichts versprechen. Nein, nein, kein Thema. Ich schaue, dass ich sie erwische. So, dann gehe ich auch noch Wassergläser auffüllen. Okay, da ist einmal eine erledigt. Okay. Die Tonne ausräumen. Ja, und das Hotel hat es mir angetan, also die Wohnungen. Die Steal. Da ist es. Wir brauchen Stahlbahn. Ich glaube, das war's. Sehr gut. Gut, so, noch was auszuräumen. Nope. Ich werde allerdings umrüsten auf die paar... Iron Heads, genau. Auf die Eisenspitzen. So, schauen wir mal, was sich draußen tut. Oder nicht tut. Ich schreie mich, ich schleiche da gerade herum. Rund um die Rampe. Okay. Und schaue, wo was repariert gehört. Also, du bist auch groß am Reparieren? Ja, so viel ist es gar nicht. Es war auch unten nicht so viel los, gell? Nein. Also es ist vom Schaden her was verhältnismäßig wenig, vor allem, dass er radioaktiv heruntergefallen ist. Also das mit dem Fallschaden, das dürfte wirklich aufgehen. Sie dürften da schon beim Auftreffen so viel Schaden kriegen. Mhm. Beziehungsweise glaube ich, umso höher die Lockspikes aufgerüstet sind, umso mehr dürften sie jetzt wieder Schaden produzieren, so wie es früher war. Aber das war ja bei der letzten Release Night. Ich glaube, die sind schon wieder in dem Gebäude oder wollen irgendwie da durch. Ich schaue mal rundherum. Bist du beim Hotel wieder, oder? Ach, nein, dicke Mama will da durch das Rathaus. Ah, die arbeiten sich durchs Fundament. Hey, komm zu Hause da. Wieder in dem Loch da. Ja, ja, nein, gleich an der Ecke. Ein neues Loch. Ja, genau, du komm her. Ja, das Rath... Oh, Kreischerin. Das Rathaus wird nur zusammenfallen. Ja, das fürchte ich eben auch. Was ja gar kein Rathaus ist, ne? Ah, das ist ein Gerichtsgebäude, genau. Nein! Du... Ah! Wo gehst du denn hin, dicke? Die schreit, obwohl sie liegt. Und da kommt die nächste. Ah! Da merkt man deutlich einen Unterschied zwischen die Eisen- und Stahlbolzen. Huh! 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 Kacke! Nein! Was? Mitnehmen. Ah! So, jetzt. Ah! 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 Voll jung! Ah! Das ist ein scheiß Bäcker-Zombies. Jetzt liegt er! Ah! Ist er geliebt. So. Oh, ich habe keine mehr. Darum. Der nächste. Immer kriegt er es mehr da, wenn sie biegen. Ja, die Stahlbolzen sind besser. Ja. Wesentlich. Komm schon mal her. So. So. Die steht wieder auf. Das sage ich doch. Oh, jetzt hat es mir geschreckt. Nur weil die Leichen zusammenfallen. Oh, Entschuldigung. Ich verliere gleich meine Kopfhörer. Ja, du lachst. Ja, ich sehe im Augenwindklima die Bewegungen auch dazu. So. Und der nächste Kreisch. Ja. Das macht das Gebäude. Ja, die biegen wir mal umsonst. Also vor dem her wäre eine Webcam wahrscheinlich lustig für die Zuseher. Ja, ja. Kommt dann. Uah, Jürgenläufer. Okay, soll ich die Shotgun zücken? Wieso? Also manchmal. Wo ist der jetzt? Hallo. Ah, da ist er. Ich bin im Rathaus. Also wenn du die Hilfe brauchst. Gut, doch nicht. Ein Schlaggen. Oh, Leder. Brustschematik. Sehr schön. So, wie voll sind wir. Ah, das geht. Ja, dem Gefängnis habe ich ja eine schöne Allee gepflanzt. Die wächst auch schon. Und ich glaube, ich wird... Ah ja, Erde. Da sind die Flecken. So. Dann hole ich mal die Erde. Abkürzung. Hey, was war das für Shimata? So, jetzt repariere ich trotzdem da schnell fertig. Dann können wir nämlich einen Concretmixer dringen lassen. Okay. So, was jetzt, dass man wieder voll ist. Hier kann ich schon... Erde. Erde. Zack, zack, zack. Das kommt da rein. Gut. Ah, du gehst da drüben. Passt. Die Straße wieder repariert. Und ich müsste trotzdem... Muss ich dann irgendwann einmal gutfremst aufstellen. Um das wieder planen zu bekommen. Ja, und weil man es, ich glaube, am Vortag, also bei dem vorigen Folgen... haben wir es, glaube ich, erwähnt. Also wie gesagt, da kommt hier noch eine Rampe und dann da drüben noch. Mhm. Auf der Südseite. Die zwei Rampen werden miteinander verbunden, also da entsteht aus Stahlbeton da so ein Eck zwischen den beiden Rampen da. Und in das Eck rein werden wir bauen und so einen kleinen Aufenthaltsraum, wo es dann mit Leitern oder Stiegen, weiß ich noch nicht, wahrscheinlich mit Leitern runter geht. Und dann unter dem Straßenbelag entsteht dann praktisch das elektrische Netz und der Generatorraum und so weiter, mit dem wir die Fallen betreiben. Und in der Stärke ungefähr von den Rampen werden dann die Fallenkonstruktionen so rund ums Gebäude gezogen. Achso, ich muss ja eher der... Dann tun wir mal mit der Einzelnen rein. Zick. Ground. Das ist dann praktisch so der letzte Ausbau von dem Gesamten. Und natürlich hat das Gebäude dann fertig. Das Stockwerk drauf und der Dachgarten. Achso. Gut, was haben wir jetzt alles? Wir sind fast voll. Das heißt, wir werden jetzt schnell schauen, ob wir da noch was zu mitnehmen haben. Ja, das haben wir auch fast voll da drin. Die Lederbeinschienen, das Schemette, nehmen wir mit. Ja, ich glaube, das haben wir schon mehrmals gel... Also, du schon, ich schon. Wir können das alles schon. Glaubst du? Mhm. Also du kannst das schon, oder? Ah, okay. Ich schau jetzt gerade, was ich stecken kann. Ah, da schau her, da werden wir gleich einmal NS benutzen. Damit ich wieder... ...gehellt bin. Hm. Ich glaube, alles, was ich zusammenlegen kann, habe... Okay, das nehmen wir mit, den Rest muss ich die Tücher mitnehmen. Okay, ich habe die Scheißerei. Ich meine, in dem. Wie, was? Ja, und ich habe keine Ahnung warum. Hast du was gegessen? No. Ja, du wirst... Du hast schmutziges Wasser getrunken. Hm, nein. Vielleicht hiertümlich. Aber ich habe... Ich bin in den Pool und habe... Oh, oh. Wasser rausgeholt. Na ja, und da wirst du... Da habe ich mich infiziert, oder? Na ja, möglicherweise ist ja gar eins getrunken. Da pass ich auch immer raus. Ach so. Und drücken. Okay. Das dauert nämlich relativ lange, und wenn du da ein zweites Mal drückst, dann trinkst du ein... Ja, brauchst du ja nur einen Golden Rotti. Ja, im Moment hat es keinen Durst. Das kriegt mir ja relativ gut in den Griff. Okay. Wenn sie will, noch nichts. Ja, es ist Absicht, dass das ein normaler Beton ist da. Auch die Bodenplatte, mir gefällt das ehrlich gesagt, optisch mehr als wieder der Stahlbeton. Ähm... Ja, werden wir sehen. Also wenn wir wirklich einmal Probleme kriegen, dass uns die Blöcke zu stark beschädigen, dann müssen wir hochrüsten. Ich versuch's jetzt einmal in der ersten Phase mit dem normalen Beton mal durchkommen. So, na gut, dann geh ich mal rundherum. So, küble da wieder alles rein. Und werd das dann wieder zusammenräumen, außerhalb der Aufnahme. Wo da jetzt nicht zu lange aufgehalten sind. Ich bin bei meinem Lieblingsobjekt. Ich hab auch gerade, äh... das ausgefüllt. So ein Hammer legen wir wieder weg. Den brauchen wir nicht mit. Alles andere brauchen wir... Das Loch, wollte ich sagen. Ah ja, okay. Da ist nur mehr eine Patronie drinnen. Ja. Dann werden wir aber zweite mitnehmen. Das ist sicher. Na bitte. So. Warte hier nur mit. Boah, ist schon wieder. Das war bei mir. Okay. Ah. Schön verfolger. Ja, was machen wir? Hast du noch viel zu looten da? Ich hab noch gar nicht richtig angefangen. Ah, okay. Na, dann kommen wir zu dir. Ja, bitte gern. Das Rathaus ist ja so... Ich bin gerade rundherum am Werken. Dass ich mir rundherum gehe und schaue, wo es ist. Also, meld dich, wenn du da bist. Ich seh dich schon. Okay. Magst du jetzt schon was trinken? Nein. Nein. Sie mag nichts trinken. Das wird einmal schauen, wie es bei mir ausschaut. Mit Essen und so. Nahrung 40, Wasser 47. Ja, okay. Das lassen wir. So, hopps. Holz brauchen wir ja auch immer wieder. Darum nehme ich das gleich mit. Ich werde so oft sterben, wenn die das wieder einbauen, dass man die Fallen, die erschlagen wird, weil ich immer reinlaufe. Bewege mich immer sofort weiter und erfolge. So. 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 Okay. Ah, Getränke, Aufgang. Cool. Hm. So. So, nehmen wir das mal raus. Das ist gescheit. Das Gebäude davor immer schon. Ja, ich weiß. Okay, das sind wir aber weit genug weg, oder? Die steht denn sicher vorn wieder. Hm. Ja, es ist natürlich auch, weil ständig jetzt da was läuft drinnen. Ja. Das rein anschmischen dann vermutlich. Hm, jup. Das erhöht natürlich den leeren Pipil im Counter, wie sie da hochschraubt. Ach, ein Griecher, wie lieb. Hast du dich verkrochen? Nee. Ich mag die nicht. Ja, da hat man so gerne Beinbrüche, gell? Ja. Ja, da. Was war's? Wo? Wo so? Ach, geradeaus ist auch einer. War kein Griecher. Oh, da kommen wir da durchs Gebäude raus. Lauf weg. Nimm dir, nimm dir. Hinter dir, Mama. Hm. Da kommt gleich eine runter. Ach. Was bewegst du dich denn? Jetzt der Mama ist weg. Jetzt wird das auch weg. Danke, Schwester. Ups, das war ins Beinchen. Jetzt bist du wieder aufgestanden. Die ist auch erledigt. Äh, der ist auch erledigt, ja. Ich bin zwei Meter weg. So, nicht davonlaufen. Ups. Darum ist ein Frenner da. Irgendwo war noch einer. So. Fakke, komm hier. Sind noch welche? Ich hätte jetzt nichts gesehen. Okay. Okay. Okay, na, hier wegs gehen. Ah ja, da kommen noch welche. Du hast es beide? Mhm. Ja. Mit dem Kopf. Ah, da hinten sind noch welche. Na bitte, da kommt dann auch einer. Ich muss meinen Poncho anziehen. Kackerei habe ich nur immer. Ja, jetzt trägt sie. Na bitte. Oh, ich habe so ein Set für Blutabnahme, oder wie du das hast, bekommen. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Mhm. Von denen kriegt man immer Schaufeln. Immer. Von wem? Von den etwas beleibteren. Von den weiblichen. Ich kriege da immer Schaufeln. Okay. Die waren gerade beim Leichen verschauen vielleicht. Immer, ja, Heißen schaufeln, Stahl schaufeln. Schon von der ersten. Sehr lecker. Zerlegen. Das zerlegen. Ich habe ein paar Bäumchen im Inventar. Ich werde mal... Ich glaube, ich werde hier eine Allee setzen, ne? Ja, aber siehst du, das wollte ich da drüben schon sagen, beim Gefängnis, aber die Erde umgraben, wo du das draufstellst. Dass du schon einen schönen Traum da hast. Achso, na, ich habe nichts dabei zum Umgraben. Ich habe eine Schaufel. Ja, aber keine Gardenhoe. Also... Brauchst du da nicht? Doch. Warum? Du magst das der Erde. Achso. Ja, da muss ich es wieder einfüllen. Da muss ich an Grund machen. An Erde. Oder Boden, oder wie heißt das? Genau, ich werde einen Boden brauchst du noch machen. Das ist alles. Und du magst das auch dort Fragment. Wo willst du denn? Ich grab das aus und tu das rein. Ah, ich hätte hier eine Allee gesetzt. Entlang der Straße, oder wo? Ja, passt. Dann fange ich da ganz vorne an. Okay. Bei dem Ende der großen Motor. Ich mache inzwischen, äh... Äh, ja. Ihr dann? Im Inventar? Und direkt neben der Straße oder zwei? Aha. Du kannst direkt neben der Straße, wie du willst. Ah, ja. Das ist auch zwei Pfeil. Vielleicht schon aus, wenn der Feuer... ...dass da irgendwann wieder mal alles grün wird. Ach so. Na? Und dann vielleicht einmal so ein Gebäude rein, so Erdblöcke setzen und einen Baum drauf. Ich weiß zwar nicht, ob das was wird. Okay. Und trotzdem, dass wir dann Gras dort in den Boxen. Okay. Und schaut dann praktisch aus die Fenster raus. Ach so. Willst du das machen? So, ich werde inzwischen da ein bisschen säuern. Straße.